Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute wieder eine frisch gepresste Sendung für euch. Ja, eigentlich monothematisch. Es geht um Streik. Frankfurter Flughafen wird sogar für Einsteigerpassagiere geschlossen. Dann haben wir in Österreich ein Thema, wo es einen Streik geben sollte am Freitag, aber aus einem lustigen Grund nicht stattfindet. Dann haben wir Qatar Airways, die auch nach Hamburg fliegen, aber Emirates ist nicht neidisch. Besprechen wir warum. Wir haben dann noch vorbereitet, was denn alles. Lufthansa Bodenpersonal streikt auch. Lufthansa wartet auf das Ergebnis der UFO-Urabstimmung. Also Kabine hat beschlossen, ob sie streiken wollen. Noch mehr Streik. Also ihr seht, Streik, Streik, Streik. Dann, was ist eigentlich jetzt strategisch die Sinn und Zweck der Lufthansa-Übernahme? Ich sage es jetzt mal, Abblasnummer bei ITA. Ist das wirklich ein Abblasen oder strategisch? Da werden wir das Ganze nochmal beleuchten. Ihr solltet an dieser Stelle den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen, kommentieren, aber auch ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft. Ja, spannend wird es zumindest mit dem Streik für den Stammtisch in Tali. Gott sei Dank Freitag. So, was haben wir denn hier an Themen für euch, womit wir anfangen? Und zwar das erste Thema. Fangen wir einfach an mit Qatar Airways und mit Emirates ist nicht neidisch. Also Qatar Airways hat ja einen Vertrag geschlossen mit der EU, dass man eigentlich dahin fliegen kann, wo man will. Der gilt auch ab Oktober, glaube ich. Wo haben wir es? Und da ist es so, dass man dann im Prinzip in Europa machen kann, was man will. Emirates buhlt ja schon lange, um zum Beispiel nach Berlin zu fliegen, weil es in deren Augen ein lukrativer Markt ist. Da ist jetzt Condor natürlich eingesprungen und fliegt von Berlin aus nach Dubai. Hat ja auch mit Emirates das Agreement, was man nicht mit Eurowings gemacht hat zum Beispiel. Naja, auf jeden Fall ist das so, dass man bei Qatar jetzt wirklich guckt, dass man 18 Mal pro Woche nach Berlin fliegt. Dann fliegt man Hamburg, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt und München. Vielleicht kommt auch irgendwann mal Stuttgart dazu. Ich weiß es nicht. Weil dann werden wir ja fast alle... Gibt es sonst noch einen Flughafen, wo die hinfliegen müssen? Ja, Kassel, Kalgen natürlich. Wollte ich nicht vergessen. Sorry für diese Geschichte. Und Bremen können wir auch natürlich noch erwähnen. Aber nichtsdestotrotz, bevor wir hier lustig werden, 71 Mal fliegt man von Qatar Airways die Woche nach Doha, um von da aus dann in die weite Welt zu fliegen. Macht natürlich Sinn, wenn man Richtung Osten möchte. Richtung Westen macht das dann weniger Sinn. Emirates fliegt derweilen aber nur vier Flughäfen an. Das ist Hamburg, Berlin eben nicht, Frankfurt, München und Düsseldorf. Diese vier Flughäfen. Und man darf auch nicht wachsen. In Berlin ist ja zur Zeit die ITB. Und Sir Timothy Clark war auch da und hat bei einer Pressekonferenz auf die Frage geantwortet, ob man da neidisch ist. Nö. Man möchte so einen Vertrag gar nicht unterschreiben. Und zwar sagt er, dieser Vertrag ist unfair, ist unvernünftig. Er hat sowas noch nie gesehen in seinem Leben. Also es ist einfach so, man hatte halt wirklich nicht die Absicht, dieses zu unterschreiben. Das war jetzt am 6, also heute gerade gewesen. Und die Bedingungen der EU sind in seinen Augen sogar drakonisch. Ja. Und drakonisch ist dann natürlich auch absolut nicht akzeptabel. Und man mag das auch dann irgendwie nicht. Kann man ja verstehen, wenn es drakonisch ist. Aber was ist das denn, was es unfair, unvernünftig macht? Und vor allem auch Bedingungen sind, die er zuvor noch nie gesehen hat. Und zwar bemängelt er, dass die Europäische Union sagt, ja, wir können den Vertrag jederzeit kündigen, wenn wir das Gefühl haben, dass das irgendwie nicht funktioniert. Und funktioniert heißt eingehalten. Aber Gefühl ist ja immer so ein Problem. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt von Timothy Clark so ein bisschen blumig gemacht worden ist und so weiter. Aber man hat da halt kein Interesse dran. Ist auch so ein bisschen vielleicht so eine kleine Privatfäde, wenn man ehrlich ist. Und das war ja Thierry Antinori, der bei Emirates gearbeitet hat, der halt wirklich auch immer Berlin gemacht hat und der auch für das Geschäft zuständig war. Mit seinem Atlatus, wie hieß er nochmal, Hubert Fracht, glaube ich, war es. Auf jeden Fall will man das nicht machen, weil man da einfach sagt, das ist nicht belastbar. Auch wie schon erwähnte, ist Berlin für Emirates ein interessanter Markt. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Aber nicht so interessant, dass man sich dafür verkauft. Also das nur so als Hinweis. Findet ihr es schade, dass man dort von Emirates aus nicht hinfliegen möchte oder dass man sich da gegängelt fühlt? Oder sagt ihr, nee, das hat Katar, also Thierry Antinori, der jetzt bei Katar Airways ist, schon okay so gemacht, dass man einen Vertrag macht und einfach das als Opportunity sieht und damit dann halt den Markt, der in Berlin anscheinend ja wirklich für andere Fluggesellschaften außer für Lufthansa attraktiv ist. Also bin ich mal gespannt, was hier so noch passiert. Eure Meinung ist dazu wichtig. Wir haben dann eine schlechte Nachricht für alle, die ab Frankfurt ab morgen fliegen wollen. Und zwar wird Frankfurt geschlossen. Ja, für alle Passagiere, die einsteigen wollen in Frankfurt, ist der Frankfurter Flughafen morgen geschlossen wegen Streiks, Bodenpersonal. Heißt also, Luftsicherheitskräfte übrigens auch, die streiken auch. Wegen der ausfallenden Kontrollen können also keine Passagiere dann von der Landseite, also ihr könnt von der Landseite, nicht Airseite gehen. Das ist komplett. Und Hamburger Flughafen finden auch keine Abflüge statt. Also das ist das, was bekannt ist. Und der Grund dafür ist, dass die Verdi dort die Luftsicherheitskräfte aufgefordert hat, in einen Warnstreik zu gehen für zwei Tage, sogar Donnerstag und Freitag. Heißt also, parallel zu dem Ausstand vom Lufthansa-Bodenpersonal gehen jetzt auch die Luftsicherheitskräfte wieder in einen Streik und machen damit eigentlich das unmöglich, dass man dann halt mit anderen Fluggesellschaften zumindest fliegen könnte, die nicht mit der Lufthansa abgefertigt wird. Und damit ist es halt wirklich so, dass man damit Riesenprobleme hat. Und Passagiere gibt kein Gepäck, gibt keine Sicherheitskräfte, gibt gar nichts. Also insofern, Fliegen fällt aus, Wegen ist nicht. Und die Lufthansa rechnet damit, dass 1.000 Flüge ausfallen, 100.000 Passagiere sind betroffen. Aber das sind die Zahlen, bevor der Verdi-Warnstreik auf die Sicherheitskräfte ausgeweitet worden ist. Da bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Auf jeden Fall ist der ADV, das ist dieser Verein vom Flughafenverband, die sagen natürlich, das ist komplett Banane. Interessant ist ja natürlich auch, dass in Berlin die ITB ist. Das ist natürlich auch ein Horrorszenario für uns als Fluggäste, dass wir keine Flüge stattfinden lassen können. Ist für uns natürlich auch doof mit dem Tallinn-Stammtisch. Ich bin mal gespannt, wie ihr da alle reagiert, die ihr da gebucht habt. Ich persönlich, ich bin in Tallinn, ich komme mit dem Schiff wahrscheinlich angereist. Und gucken wir mal, was da passiert ist. Die Luftsicherheitskräfte sollen übrigens nur am Donnerstag streiken. Das Bodenpersonal soll an zwei Tagen streiken. Und ich bin dann mal gespannt, was da alles so passiert. Lasst uns nochmal direkt weitergucken bei der Lufthansa, dem Bodenpersonal, das dort auch streikt. Und zwar ist das so, dass die natürlich auch eine gewisse Power haben, wenn man das so ehrlicherweise sagen will. Denn damit bleibt auch bei Lufthansa zumindest sehr viel stehen am Freitag. Und die Lufthansa rechnet halt mit einer massiven Auswirkung. Ich hatte ja gesagt, 100.000 Passagiere sind betroffen, 1.000 Flüge, die ausfallen. Und damit ist es so, dass das bereits die fünfte Streikwelle ist in diesem Themenbereich. Und das ist natürlich sehr unangenehm und natürlich äußerst doof. Und die dritte, die uns Passagiere halt direkt betrifft. Das heißt also, da gab es natürlich welche, die war Cargo oder sowas, wo wir nicht betroffen waren. Aber es wird heiß, heiß, heiß werden. Und weiter geht das dann noch mit zum nächsten Thema. Also wir haben ja da wirklich eine Baustelle jagt die andere. Und zwar ist das hier, dass die Lufthansa ja noch bei der Kabine wartet, was da die Urabstimmung gebracht hat. Da gab es ja eine Urabstimmung bei der Ufo. Das ist die Tarifierungs- bzw. die Gewerkschaft der Kabine. Und da ist es so, dass man dort auch einen neuen Carrier-Vertrag fordert. 18 Monate Laufzeit mit 15% Gehalts-Plus. Das ist das, was man fordert. Und dann geht es weiter mit jetzt der Auszählung. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Am Ausstand am Donnerstag um 4 Uhr anschließen. Dem Bodenpersonal der Wandstreik endet für alle Teilnehmer am Samstag um 7.10 Uhr. Also das heißt, das Bodenpersonal selber, das ist da schon genug Streikmasse im Moment. Aber die 18.000 Beschäftigten der Lufthansa, 1.000 Kräfte von der Cityline, die wollen halt da wirklich Gas geben. Und ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Aber ich gehe davon aus, dass dort auch bestreikt wird. Damit haben wir dann sechs Baustellen, glaube ich, mit Streik. Ich kriege die alle immer nicht zusammen, weil es sind mittlerweile so viele. Da gehen wir gleich drauf ein, auf die Austrian. Dann hatten wir die Boden. Dann hatten wir die Freunde bei der Brassels. Ach, ich kriege sie alle nicht zusammen. Ihr könnt es ja nochmal unten aufschreiben und sagen, was ihr davon haltet. Also da bin ich mal gespannt, was eure Thematik dazu ist. Jetzt gehen wir noch auf Austrian Airlines ein. Und zwar, die Austrian Airlines ist deshalb amüsant, weil die Austrian Airlines hatte sich auch quasi, naja, also die machen ja keinen Streik im Klassischen Sinne, sondern die machen ja immer dann so eine, die nennen das dann immer Betriebsversammlung. Und beim letzten Mal freitags ist es ja so gewesen, dass das dann in einen Warnstreik übergegangen ist. Und diese Betriebsversammlung, die man jetzt gemacht hat, hat ja schon 100 Plätze, quasi 100 Flüge ausfallen lassen. Alleine bei der Ankündigung sogar 150 Flüge bei der Austrian Airlines. Und da muss man halt sagen, dass man dort jetzt 12.800 Passagiere hat, die betroffen sind. Aber jetzt ist was Amüsantes passiert. Dieser Streik, der angekündigt war, okay, ist eine Betriebsversammlung. Was ja wie ein Streik ist, ehrlicherweise, muss man ja sagen, weil die arbeiten ja dann nicht. Das ist, glaube ich, so eine österreichische Besonderheit. Aber wenn ihr Österreicher seid oder sich damit auskennt, könnt ihr ja unten schreiben, wie es dazu kommt, dass man nicht direkt den Warnstreik, sondern erst eine Betriebsversammlung macht. Ist es so, dass man da für die 3.500 Beschäftigten in der Kabine und im Cockpit eine Art Informationsveranstaltung machen will und die Gewerkschaft nach einem guten wirtschaftlichen Jahr in der Luftfahrtbranche auch Gehaltserhöhung fordert. So weit, so gut. Ja, aber die Austrian Airlines hat gesagt, nö, das akzeptieren wir nicht, da werden wir klagen, das geht alles gar nicht und so weiter und so fort. Anscheinend hat da wohl die Aua so einen wunden Punkt getroffen und dann ist diese Veranstaltung jetzt abgesackt worden. Begründung, man hätte keinen Raum gefunden am Flughafen. Ja, ich lasse das mal sacken. Aber wie gesagt, wenn ihr euch auskennt mit dem Thema, warum man eine Betriebsversammlung macht und nicht direkt streikt, da wäre ich mal wirklich gespannt, was ihr dazu sagt. Da bin ich auf eure Aussagen gespannt und auf eure Themen, die ihr dazu sagt. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man ehrlicherweise sagen muss, es ist Schittipupiti. Ist egal, ob das jetzt ein Warnstreik ist oder eine Betriebsversammlung, ist beides scheiße. Das letzte Thema, was wir heute haben, das ist, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich höre euch schreien am anderen Ende. Also, ITER, Lufthansa, ist das für eine Lufthansa einfach nur eine Drohgebärde? Ist das quasi ein echter Stepdown, dass man sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich mache es nicht mehr und ihr könnt mich mal und danke und tschüss? Oder ist das etwas, wo man sagt, naja, das ist jetzt so ein bisschen Traktik? Und das ist genau das Problem. Also, es ist einfach so, dass man natürlich der Lufthansa so etwas natürlich zutraut, weil sie sind ja Taktiker, ist ja ehrlicherweise so. Aber man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass der Lufthansa-Konzern auch irgendwo einen Punkt setzen muss und sagen muss, hey, Freund der gepflegten Gastlichkeit, so geht es nicht weiter, dass ihr die Linatische Strecken haben wollt, dass ihr eine gewisse europäische Strecken haben wollt und so weiter und so fort. Das ist alles vielleicht an der Grenze zu viel. Auch im Transatlantik-Verkehr ist es so, dass man gerade diese Transatlantik-Joint-Venture, wo es halt wirklich um Cash-Couse geht für die Lufthansa-Gruppe und auch für die anderen, dass man da so quasi einen Keil in die Air Canada und in die United mit reintreiben möchte, das geht der Lufthansa zu weit. Und es ist so, dass man bei der Lufthansa intern da schon gedroht hat und gesagt hat, dann haben wir halt keinen Bock drauf. Was natürlich auch erklärt, dass die ITA dort an einem Plan B arbeitet und da auch den MSC-Kollegen mal angesprochen hat. Aber es gibt dort in Frankfurt auch einen O-Ton, den möchte ich euch zitieren. Die Lufthansa-Gruppe arbeitet weiterhin eng und konstruktiv mit der EU-Kommission zusammen, um einen zeitnahen Abschluss und die anschließende Umsetzung der Transaktion zu erreichen. Klingt für mich sehr diplomatisch, dass man nach außen hin sagt, so ist es, aber intern vielleicht sagt, nein. Und da bin ich mal gespannt. Also auf jeden Fall ist es so, weil das die Lufthansa-Bilanz 2023, die ja am Donnerstag vorgelegt wird, spannend wird, weil es da ja dann wahrscheinlich auch ein Thema wird morgen. Also, Carsten S. aus M., gib uns da mal ein Update, sag uns, was da Sache ist. Vielleicht können wir auch etwas zwischen den Zeilen lesen, inwieweit die Lufthansa dort schon keinen Bock und keine Lust mehr hat. Ich danke euch auf jeden Fall, dass er bei Frequent Traveller TV dabei war. Danke, dass ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, aber auch ganz, ganz wichtig, immer kommentiert und die Frage des Tages beantwortet. Also da einfach schön das Ganze beantworten und wir können in den Austausch gehen. Ich freue mich immer wieder und wenn ihr Sorgen längst so ein Lütter habt, macht das wie viele, schreibt eine Nachricht hier auf diese WhatsApp-Nummer und dann gebe ich euch gerne eine Antwort und respektive, was wollte ich dazu sagen? Abspann, ne? Also, der Abspann kommt jetzt und hier ist er. Bis dann. Ciao, bis morgen wieder, bis zur nächsten Folge. Ciao, bis morgen wieder, bis morgen wieder.